Kapitel 8, die 3 und 1 Struktur in Sprüche 30 Kapitel 8.1 Einleitung Erstaunlich viele Aufzählungen in der Bibel weisen eine Struktur auf, in der drei Dinge mit einem vierten, ganz anderen kombiniert werden. Regelmäßig stehen sie in inhaltlichem Zusammenhang mit einem Gericht Gottes. Hier einige Beispiele. Jeremia 15, Vers 3 Thema der Bibelstelle ist das Gericht Gottes an Jerusalem, der die Stadt mit Plagen heimsuchen will. Drei der Plagen stammen aus der belebten Welt, nämlich Hunde, Vögel und Tiere, und eine Plage stammt aus der unbelebten Welt, das Schwert. Sie alle ergänzen sich zur 3- und 1-Ordnung. Noch einmal der Vers Denn ich will sie heimsuchen mit viererlei Plagen, spricht der Herr, mit dem Schwert, das sie erwürgt werden, mit Hunden, die sie schleifen sollen, mit den Vögeln des Himmels und mit Tieren auf Erden, das sie gefressen und vertilgt werden sollen. Jeremia 34, Vers 11 In diesem Vers und in 1. Mose 1, Vers 2 wird zum einzigen Male in der Bibel von Tohu-Wabohu gesprochen, hier im Text als öde übersetzt. Es muss sich hier in Jesaja 34, wie auch in 1. Mose 1, um ein sehr großes Gericht gehandelt haben, beziehungsweise handeln. Es werden drei Vögel, nämlich Rohrdommeln, Nachteulen und Raben und ein Igel aufgezählt. So finden wir auch hier die 3 und 1 in Verbindung mit dem Gerichtshandeln Gottes. Noch einmal der Vers Sondern Rohrdommeln und Igel werden es innehaben, Nachteulen und Raben werden da selbst wohnen, denn er wird eine Messschnur darüber ziehen, dass es wüst werde, und ein Richtblei, dass es öde sei. Hierob 12, Vers 13 Bei ihm ist Weisheit und Gewalt, Rat und Verstand. Dieser Beschreibung der dreifachen Klugheit, nämlich Weisheit, Rat und Verstand, sowie der Gewalt, die alle vier gotteigen sind, folgt in den anschließenden Versen sein Gerichtshandeln an der Welt. Es geht so weiter. Siehe, wenn er zerbricht, so hilft kein Bauen. Noch einmal der Vers Bei ihm ist Weisheit und Gewalt, Rat und Verstand. Jonah 3, Vers 3 und 4 Niniveh aber war eine große Stadt, drei Tage reisend groß. Und da Jonah anfing hineinzugehen, eine Tagereise in die Stadt, predigte er, es ist noch 40 Tage, so wird Niniveh untergehen. Jonas Botschaft an Niniveh war die Nachricht über Gottes zukünftiges Gericht. Und auch hier finden wir die 3 und 1 Ordnung. 1. Mose 8, Vers 7 und folgende berichtet von der Sintflut. Und auch bei der Sintflut ist die 3 und 1 zu finden. Denn Noah ließ einen Raben ausfliegen und danach dreimal eine Taube. Aber die 3 und 1 taucht noch ein weiteres Mal in der Geschichte auf. Denn gerettet durch die Sintflut wurden ein Mann und seine drei Söhne, nämlich Noah und seine drei Söhne Semham und Japheth, und Noahs Frau sowie seine drei Schwiegertöchter. Somit taucht bei dem großen Gericht der Sintflut über die ganze Erde die 3 und 1 Ordnung zweimal auf, weil es ein großes Gericht war. Lukas 13, Vers 6 bis 9 Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberge. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, Siehe, ich bin nun drei Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Haue ihn ab. Was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, ob er wollte Frucht bringen, wo nicht, so haue ihn danach ab. Hier geht es gleichnisshaft um das Gericht am Feigenbaum, der in der Bibel immer wieder ein Symbol für Israel darstellt. Drei Jahre suchte der Eigentümer des Weinberges vergeblich Frucht auf dem dort gepflanzten Feigenbaum zu finden und will ihn nun fällen. Der Weingärtner aber bittet um ein weiteres Jahr, um den Baum zu pflegen. Bringt er dann keine Frucht, soll er abgehauen werden. Auch hier finden wir die Drei-und-Eins-Ordnung. Joel 1, Vers 4 Was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß. Römer 3, Vers 10 Paulus schreibt vom Gericht über die Welt und formuliert wie folgt, Da ist nicht, der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist nicht, der verständig sei. Da ist nicht, der nach Gott frage. Das sind drei. Dann kommt ein Zwischenvers. Sie sind allesamt abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Und dann kommt der ergänzende vierte Vers. Da ist nicht, der Gutes tue, auch nicht einer. Also auch wenn der Apostel Paulus seine große Anklageschrift gegen eine gerichtsreife, gottlose Menschheit vorträgt, ist die 3-und-1-Ordnung zu finden. Kapitel 8.2 Sprüche 30 Der Text Kommen wir jetzt zum Text von Sprüche 30. Dort steht, Drei sind nicht zu sättigen und vier sagen nie, es ist genug. Doppelpunkt Das Totenreich und der Frauen verschlossener Schoß und die Erde, die nicht des Wassers satt wird. Und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Das ist der erste Block. Dann folgt ein Zwischenvers. Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Das war der Zwischenvers. Jetzt kommt der zweite Block. Drei sind mir zu wundersam und vier verstehe ich nicht. Doppelpunkt Des Adlersweg am Himmel, der Schlangeweg auf dem Felsen, des Schiffesweg mitten im Meer und des Mannesweg beim Weibe. Das war der zweite Block. Jetzt kommt ein Zwischenvers. So ist der Weg der Ehebrecherin. Sie verschlingt und wischt sich den Mund und spricht Ich habe nichts Böses getan. Das war der Zwischenvers. Jetzt kommt der dritte Block. Ein Landwirt durch Dreierlei unruhig und Viererlei kann es nicht ertragen. Doppelpunkt Das war der dritte Block. Jetzt kommt ein Einschub und in diesem Einschub ist die Drei-und-Eins-Ordnung nicht zu finden. Der Text lautet Vier sind die Kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen. Doppelpunkt Die Ameisen Ein schwaches Volk Dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse Ein schwaches Volk Dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen. Die Heuschrecken Sie haben keinen König Dennoch ziehen sie aus In Ordnung. Die Eidechse Man greift sie zwar mit den Händen und doch ist sie in der Könige Schlössern. Das war der Einschub in dem die Drei-und-Eins nicht zu finden ist sondern nur eine Viererstruktur Und dann kommt der vierte Block Drei haben einen stattlichen Gang und vier gehen stolz ein Heer Doppelpunkt Der Löwe mächtig unter den Tieren und kehrt um vor niemandem Der stolze Hahn Der Witter Und Der König wenn er ein Heer geht vor seinem Heerbann Das war der komplette Text den wir uns anschauen wollen. Kapitel 8.3 Die Auslegung der Verse Die Verse handelt von einem großen Gericht Gottes und zwar von dem Gericht Gottes an der ganzen Welt und an Israel. In diesen Versen ist die komplette Weltgeschichte oder besser die Heilsgeschichte Gottes verborgen. Agur, der diese Verse geschrieben hat konnte das zu seiner Zeit noch nicht verstehen und leitet daher seine Verse mit den Worten ein Weisheit habe ich nicht gelernt und Erkenntnis des Heiligen habe ich nicht Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Wer die Welt geschaffen hat, wissen wir Gott der Herr und sein Sohn heißt Jesus Christus. Agur lässt uns jetzt teilhaben an seiner prophetischen Schau. Der erste Block Vers 15 und 16 beschreibt das Wesen der Welt. Agur spricht von Dreien und einem vierten Ding die allesamt nicht zu sättigen sind und die nie genug haben der Scheol oder das Totenreich der verschlossene Mutterleib und die Erde die an Wasser nie satt wird und das Feuer das nie sagt genug. Das alles sind Eigenschaften der Welt. Die Verse beschreiben die egoistische Haltung der Menschen. Es ist die unstillbare Sucht der Welt nach Reichtum, Ehre, Macht und so weiter. Drei Dinge sind nicht zu sättigen und das vierte spricht nicht es ist genug. Die ersten Verse im ersten Block beschreiben also das Wesen der Welt in ihrer gottfernen Gier nach Meer. Der zweite Block Vers 18 und 19 beschreibt Gottes Wege mit seinem Volk Israel. In diesen Versen, dem zweiten Block beschreibt Agur Israel das Volk Gottes im Alten Bund und Gottes Wege mit seinem Volk. Das Adlers Weg am Himmel bedeutet, dass Gott selbst sich wie ein Adler vorstellt, der sein Volk Israel auf seinen Flügeln trug, so wie in 5. Mose 32 Vers 11 beschrieben ist. In Sprüche 30 ist es ein Bild auf Gott, der alles auf der Erde sieht und so wie der Adler die Erde aus großer Höhe im Blick hat und sein Volk Israel führt. Der Schlangeweg auf einem Felsen Wann suchte die Schlange ihren Weg auf dem Felsen? Als Jesus Christus, der Fels, vom Teufel, von der Schlange, versucht wurde. Wie konnte es möglich sein, dass die Schlange ihren Weg auf dem Felsen suchte, nur indem Gott Mensch und damit versuchbar wurde? Hier wird ein wenig davon deutlich, welchen Anfechtungen der Herr in den Momenten, als die Schlange ihren Weg auf ihm suchte, standgehalten hat. Des Schiffesweg mitten im Meer Hier haben wir ein Bild darauf, wie Israel, das Schiff, seinen Weg mitten im Meer der Völker hat. Gott selbst bestimmt den Weg dieses Schiffes im Meer, denn das Meer ist in der Bibel ein häufig gebrauchtes Bild für das Meer der Völker. Und schließlich eines Mannesweg an einer Jungfrau. Das ist eines der wunderbarsten Geheimnisse. Deuten wir es auf Israel und Christus. Die neutestamentliche Gemeinde können wir hier nicht einsetzen. Warum nicht, das wird im Verlauf unserer Ausführungen später noch deutlich. Dieses Bild, eines Mannesweg an einer Jungfrau, beschreibt das Werben des Gottessohnes um die Braut oder auch um das Mädchen Israel. Dann kommt der dritte Block, Vers 21 bis 33 und der beschäftigt sich mit dem Hochmut Israels. Das Bild des Knechts, des Narren, der Verschmähten und der Magd, die ihre Herrin beerbt, beschreibt Charaktere, die entweder übermütig oder faul waren. Der Abschnitt zeichnet ein Bild des Hochmuts Israels, der Israel letztlich zu Fall brachte und gerichtsreif machte. Damit sind die ersten drei Blöcke inhaltlich abgehandelt. Wir überspringen zunächst die Verse 24 bis 28, den Einschub mit den Vieren, um die 3 und 1 zu vervollständigen. Beschäftigen wir uns jetzt mit dem vierten Block, Vers 29 bis 31, der König offenbart sich in seiner Herrlichkeit. Israels Hochmut machte es gerichtsreif. Wir wissen aus dem Römer, dass Israel für eine bestimmte Zeit von Gott beiseite gesetzt worden ist. Das geschah aber nicht, um sein Volk endgültig zu verwerfen. Israel ist nur so lange blind, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Dann wird Israel wieder ein Volk der Zuwendungen Gottes sein. Wenn dann der König sein Reich aufrichtet, offenbart er sich in seiner Herrlichkeit. Hier sehen wir Christus nicht mehr als den Verachteten von Jesaja 53, sondern als den König, der sein Reich in Herrlichkeit und Kraft einnimmt. Der letzte Block spricht von der Herrlichkeit der Regierung Christi im tausendjährigen Reich. Nun ist die 3 und 1-Ordnung abgeschlossen. Wir sehen, dass auch hier das oben genannte zutrifft. Die Zahlenkombination 3 und 1 steht in engem Verhältnis zu Gerichten Gottes. Die Bildrede des Agur zeigt das Heilshandeln Gottes in der Welt und insbesondere an seinem Volk Israel bis zu dessen Abfall und bis zu Christi Wiederkehr und der Aufrichtung seines Reiches. In dieser Ordnung sind nun als Einschub die Verse 24 bis 28 eingeschoben, die die 3 und 1-Ordnung nicht aufweisen. Der Einschub Verse 24 bis 28 Vier sind die kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen. In diesem Einschub werden uns vier Tiere vor Augen gestellt. Die Ameisen ein schwaches Volk, die Klippdachse oder Kaninschen ein schwaches Volk, Heuschrecken, die keinen König haben und Eidechsen, die mit Händen zu fangen sind. In diesem Abschnitt können wir die 3 und 1 nicht finden und in jedem Punkt geht es um kleine und schwache Tiere. Was mag das bedeuten? Wir befinden uns ja mit den Versen 24 bis 28 in einem Textteil, den wir Einschub genannt haben. Dieser Einschub liegt zwischen dem beiseite gesetzten israelischen Volk, dem dritten Block und dem tausendjährigen Reich, dem vierten Block. Es geht hier um ein Geheimnis Gottes, welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten den Menschenkindern. Denn das ist das Zeitalter der Gemeinde Jesu Christi, die einen Einschub in dem Heilshandeln Gottes mit Israel darstellt. Hier ist nicht von Herrlichkeit und äußerer Kraft die Rede, sondern von einer kleinen, schwachen Schar, wie Gott durch Paulus schreibt, dass Gott in den Schwachen mächtig sein will. Gott hat das erwählt, was töricht ist und schwach, unedel und verachtet, auf das sich kein Fleisch vor ihm rühme. Auch wenn die vier klein sind auf Erden, so sind sie doch klüger als die Weisen, und zwar durch Gottes Geist, damit sie wissen können, was ihnen von Gott geschenkt ist. Die Ameisen, ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. So schreibt Paulus zweimal, kaufet die Zeit aus. Die Klippdachse oder Kaninchen, ein schwaches Volk, dennoch legt es sein Haus in den Felsen. So haben auch wir unser Haus in den Felsen Jesus Christus gelegt. Heuschrecken haben keinen König, dennoch ziehen sie aus in ganzen Scharen. Auch die Gemeinde Jesu wird eines Tages ausziehen in ganzen Scharen und wird entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Die Eidechse, man greift sie mit den Händen und sie ist doch in der Könige Schlösser. Vielleicht ist dies ein Hinweis auf die verfolgte Gemeinde Jesu? Dennoch ist unser Platz im Palast des Königs. Das alles sind Spuren der neutestamentlichen Gemeinde, tief verborgen im Alten Testament. Lange bevor Paulus das Geheimnis der Gemeinde offenbart wird, empfängt Agur diese Schau. Die Tatsache, dass wir die 3 und 1 Ordnung nicht innerhalb der Verse 24 bis 28 finden, bedeutet, dass die Christenheit nach ihrer Absetzung keine erneute Wiederannahme erfährt, so wie das bei Israel der Fall sein wird. Wir gehen nicht davon aus, dass die Gemeinde keine Leiden oder Verfolgung erfahren würde, aber sie steht grundsätzlich nicht unter dem Gericht Gottes, weshalb hier die 3 und 1 Ordnung nicht zu finden ist. Damit sind wir am Ende der Auslegung angelangt. Eigentlich muss man diese Aussagen hier auch grafisch untermauern, deswegen empfehle ich jedem im Internet in YouTube sich die Folge Sprüche 30 anzuschauen, in der diese Auslegung hier auch grafisch untermalt ist. Weil dies aber ein Hörbuch ist und trotzdem das Kapitel nicht ausgespart werden soll, habe ich es trotzdem eingelesen. nicht ausgespart